Gehen Ihnen diese ständigen Ratschläge auch so auf die Nerven? Wir sollen weniger Auto fahren, Wasser sparen, den Stromverbrauch verringern und, und, und. Vergessen Sie das, es bringt sowieso fast nichts. Fangen Sie einfach da an, bewusster zu leben, wo es viel effektiver ist bei Ihrer Ernährung. Wussten Sie, dass bei der Herstellung eines einzigen Burgers so viel Wasser verbraucht wird, dass jemand davon 100 Tage duschen könnte. Und so viele Treibhausgase entstehen, dass man bis zu 320 Kilometer mit dem Auto fahren könnte. Um ein Kilogramm Rindfleisch zu erhalten, sind bis zu 16 Kilogramm Tierfutter notwendig. Damit diese Futtermassen produziert werden können, wird unser Planet mit riesigen Anbauflächen zugepflastert. Pro Minute werden 35 Fußballfelder Regenwald gerodet. Durch den weiteren Produktionsvorgang entbuckt sich die Fleischindustrie als Klimakiller Nummer eins. 51 Prozent aller weltweit ausgestoßenen Treibhausgase werden von der Nutztierhaltung verursacht. Also mehr als der weltweite Verkehr zusammen. Aber anstatt weniger Fleisch zu essen, bauen wir immer mehr Kraftwerke, um Energie zu gewinnen und belasten Böden, Luft und Grundwasser mit Unmengen von Gülle. Es wäre also eigentlich ganz einfach, den Klimawandel aufzuhalten. Wussten Sie eigentlich, dass 90 Prozent des weltweit angebauten Sojas, 50 Prozent des Getreides und 40 Prozent der gefangenen Fische an Nutztiere verfüttert werden? Währenddessen leiden eine Milliarde Menschen an Hunger und durchschnittlich 20.000 Kinder sterben täglich daran. 15, seit Sie dieses Video angeklickt haben. Obwohl das Tierfutter zu einem großen Teil aus dem vom Hunger geplagten Ländern importiert wird. Dabei könnten von dem Getreide und Soja, das für ein einziges Steak nötig ist, zwei Menschen einen ganzen Tag lang ernährt werden. Es wäre also eigentlich ganz einfach, den Welthunger zu stoppen. Sehen wir uns die Produktion von Fleisch, Milch und Eiern einmal genauer an. In 98 Prozent der Fälle kommen sie nicht von schönen grünen Wiesen, wie uns die Werbung aufbinden will. Nein, diese Produkte kommen aus der Massentierhaltung. Deren Ziel ist es, alles so billig wie möglich produzieren und zu verkaufen. Deshalb werden Tiere auf engstem Raum gehalten und gemästet. Damit sie nicht krank und aggressiv werden, bekommen sie massenweise Antibiotika und werden ihre natürlichen Instinkte beraubt. Ferkel werden kastriert, es werden ihnen die Schwänze abgeschnitten, Kühen werden die Hörner ausgebrannt und Hühnern die Schnebel abgezwickt. Im Regelfall ohne Betäubung, trotz sogenannter Tierschutzgesetze. Auf dem Weg zum Schlachthof müssen sie auf engstem Raum stundenlang bei Hitze oder Kälte ausharren. Am Ziel angekommen, werden sie oft ohne wirksame Betäubung geschlachtet. Jeder Mensch, der sich entscheidet, Produkte tierischer Herkunft zu kaufen, gibt genau diese Grausamkeiten in Auftrag. Es wäre ganz einfach, das Schlachten zu beenden. Aber zum Beispiel Kühe produzieren doch sowieso Milch. Nein, auch eine Kuh muss schwanger sein, damit sie Milch gibt. Sie wird künstlich befruchtet. Das Baby wird der Kuh sofort nach der Geburt entrissen und Mutter und Kind trauern einander viele Tage nach. Die Kälber werden entweder als Milchkühe weiter benutzt, sofort getötet oder nach wenigen Wochen zu Kalbfleisch verarbeitet. Die Mütterkühe werden nach circa vier Jahren geschlachtet, weil sie dann nicht mehr genug Milch geben. Bei Eiern ist es nicht besser. Während die Hühner auf engstem Raum Eier legen müssen, werden die männlichen Küken bei der Legehennenzucht einfach vergast, zerschreddert oder lebendig in den Müll geworfen. Hier macht auch Bio keinen Unterschied. Auch ein Biotier wird letztlich wie eine Ware behandelt. Trotz allem behauptet die Werbung, dass wir Tierprodukte für eine ausgewogene Ernährung brauchen. Sie behauptet allerdings auch, dass Energydrinks Flügel verleihen und dass unsere Milch von glücklichen Kühen und schönen Wiesen kommt. Dutzende Studien beweisen eindeutig, dass eine ausgewogene, rein pflanzliche Ernährung die gesündeste Ernährung überhaupt ist. Fast alle Nährstoffe sind in pflanzlicher Nahrung in höherer Konzentration enthalten und für den Menschen besser verwertbar. Es wäre also eigentlich ganz einfach, sich gesund zu ernähren. Aber Fleisch schmeckt doch so gut, was soll ich denn noch essen? Entgegen den Erwartungen ist pflanzliche Kost unglaublich vielfältig, lecker und nicht teuer. Außerdem lässt sich mittlerweile fast jedes Tierprodukt gut ersetzen. Fassen wir also zusammen. Wir zerstören unseren Planeten, enthalten den ärmsten Nahrung vor und quälen Tiere, um aus ihnen Produkte herzustellen, die uns krank machen. Und das alles nur, um einen einzigen Sinn zu befriedigen. Den Geschmack. Vielleicht sind die mittlerweile vielen Millionen Menschen, die dieses System verlassen und Veganer genannt werden, ja doch nicht so verrückt. Früher hatten die Menschen keine andere Wahl, ihren Kalorienbedarf zu decken. Heute haben wir vielfältige Möglichkeiten, uns gesund und rein und pflanzlich zu ernähren und zu leben. Wir sollten auch angesichts einer stetig wachsenden Bevölkerung umsteigen. Auf eine gesunde, ressourcenschonende, umweltfreundliche und friedfertige Lebensweise. Und bewusst leben. Es ist ganz einfach. Untertitelung des ZDF für funk, 2017